Wenn du mich fragst, ist das nichts als Theater, was die sich da im großen Hauptquartier ausgedacht haben. Doch hoffentlich, glaube ich, einmalige Chance, ich bin im Erlass des Kaisers für uns erdient. Chance? Wir sollen der obersten Heeresleitung und dem Kaiser Gehorsamts aus der Patsche helfen. Die haben sich verzockt, die Herrschaften. Der Krieg scheint verloren und jetzt rüsen sie nach dem Volk. Meine Freunde, ihr habt es gelesen. Jetzt müssen sie mit uns zusammenarbeiten, sonst haben sie das Vertrauen des Volkes restlos verspielt. Wir müssen uns aufgeschlossen zeigen für die neuen politischen Möglichkeiten. Herr Scheidemann, hier bitte. Max von Baden, so neuer Reichskanzler, ein Vetter des Kaisers, ein leifhaftiger Prinz. Das sollen also deiner Meinung nach die neuen politischen Möglichkeiten sein? Ja, wenn er auf uns zukommt. Und das wird er. Aber das klären wir, wie immer in Ruhe und Ordnung, auf unserer Vorstandssitzung, Genossen. Und dies in genau anderthalb Stunden. Bis dahin darf ich also um Ruhe und Besonnenheit bitten. Ich werde rechtzeitig wieder zurück sein. Einfach nur auf uns zukommen, reicht nicht. Wir müssen jetzt erst recht auf einschneidende demokratische Reformen bestehen. Du willst ihn also jetzt ordentlich einheizen? Durchaus. Denn Sie kommen doch auf uns zu. Das heißt, wir sitzen eindeutig am längeren Himmel. Roschka!